Tauchen ein mit dem RegioTV Plus in die Fimo-Welt. Wir sind bei Ingrid Schüppach und nach zwei Jahren haben wir gefunden, wir gehen noch mal schnell abholen. Ingrid hat mir gestern zu oben ein SMS gemacht. Ingrid, jetzt erzähl mal schnell, was war der Inhalt? Du hast mich fast ein wenig schockiert. Der Inhalt war wegen des Weihnachtsmärts. Der Weihnachtsmärts ist ausgefallen und der Herbstmärts ist ausgefallen. Und ich dachte, ich kann jetzt vielleicht hier von mir aus einen kleinen Weihnachtsmärts selber machen, dass die Leute bis dahin kommen zu mir, mich besuchen. Mit Abstand, Corona-konform, alles tip-top, kann man einhalten. Es ist ja so, normalerweise in diesem Weihnachtsmärts, da verweilen die Leute zum Teil fast eine halbe Stunde vor diesen Figuren, bis sie dann das richtige Exponat gefunden haben. Es sind alles Einzelstücke, die du machst, auch wenn du ganze Serien machst. Was war denn so ein Sujet, das du dieses Jahr ausgesucht hast? Das mit der Fasnacht war dann schon ein wenig unsicher. Aber ich habe gesagt, du hast sogar Wackis mit einer Gesichtsmaske gemacht. Ja, genau, das war mir einer an der Fasnacht. Ich habe auch nicht gearbeitet an der Fasnacht. Ich habe dann die Personel gemacht, die waren auch sehr beliebt. Und jetzt auf dem Weihnachtsmärts habe ich Engel gemacht mit Masken, Sandigläuschen, Schmutzchen, alles ein bisschen mit Masken, wie es halt in diesem Jahr muss einfach sein. Gut, und was jetzt ganz wichtig ist, Ingrid hat gesagt, wie kann ich das jetzt machen? Hier in einem Markt geht ja nicht. Ingrid, du bist darauf angewiesen, dass sich die Leute bei dir ab jetzt, ab sofort einzeln melden. Dann nimmst du dir Zeit und schaffst es, Corona-konform hier einen kleinen Durchgang zu machen. Ich bin froh, wenn die Leute mich hier besuchen. Sie müssen keine Angst haben. Der Abstand kann eingehalten werden. Es ist Corona-konform eingerichtet. Und darum bin ich sehr froh, wenn sie mich auch anrufen und ich kann Termine abmachen, damit sich nicht zu viele Leute hier treffen. Ingrid, sag mal, wie viele verschiedene Figuren sind eigentlich hier drin? Von der Sorten kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber Stückzahl sind es etwa plus minus 15'000. Jedes Unigart. Also, und jetzt, meine Damen und Herren, einfach sich das auf der Zunge vergehen lassen. Jedes Stück handgemacht. Verzähl noch mal, wie ist das genau so? Wie läuft das? Tust du dich hier herum knetten? Wird es noch erhitzt? Wird es angemalt? Was wird alles gemacht? Also, ich mache die Sachen aus FIMO. FIMO ist ein Material für den Ofen. Es ist in vielen Farben erhältlich. Und so setze ich das zusammen. Es kommt in den Ofen. Es wird brennt auf 110 Grad. Es ist eigentlich mehr ausgetrocknet, aber es ist nachher stabil. Was hast du denn jetzt Neues gemacht in dieser ganzen Zeit? Hast du auch Zeit gehabt, um dich zu inspirieren zu lassen? Ich habe gesehen, es hat Uhren. Du machst mittlerweile so ganze Sätze, die zusammengehören. Ja, das ist ganz etwas Neues. die ich jetzt einmal ausprobiert habe. Und die erste Serie, die war so begeistert und die ist gerade weg gewesen. Und ich dachte, ich mache jetzt ein paar von denen. Ich habe sie auch schon ausgestellt. Ich habe sie zwar noch nicht, aber im Facebook sind sie sehr gut angekommen. Und das ist meine neueste Sache, die ich jetzt gemacht habe. Wie viele Figuren hast du denn schon gemacht in deinem Leben? Ach, das kann ich nicht sagen. Ich habe alles aufgeschrieben, was durch meine Finger gewandert ist. Und ich habe wirklich alles aufgeschrieben, ist notiert, aber ich habe nie die Figuren selber erzählt. Das geht Jahre zurück. Das sind 40 Jahre, wo ich das jetzt mache. Ja. Und keine End in Sicht. Ja. 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 Ja.